Und dann gab es noch die beiden Mädels. Windchifter und Diddy Rock. Und es gab Bill Murray, der dann gestorben ist. Bill Murray ist so geil! Der dann gestorben ist, weil er sich als Zombie verkleidet hat. Der war so geil, ey. Really Bill Murray. Er hat Bill Murray umgebracht. Ah, ich habe mich gerade gefragt, worum es geht. Es geht um Zombieland. Ding Ding Ding! Was geht ab, Du? Hey, schön, dass du da bist. Mein Internet hat es endlich geschafft, wieder aus den 90er Jahren zurückzukommen. Und jetzt dachte ich mir, springe ich mal ein bisschen verspätet rein. Mal was zur Abwechslung, außer mal Genshin Impact. Ja, ich wurde ja schon letzte Woche von Aedaria angeschrieben. Hauptsache, über die Woche ein bisschen verschwitzt zu sagen, ja, ich habe Zeit. Alles gut, alles gut. Ist das mal ein Freund von der Ostsee? Ja. Hey, Dufte! Das ist ja geil. Was? Wie? Wo? Was? Wie? Na, mein Kumpel von der Ostsee. Weiß nur, ist das dran. Ja, Mann. Okay, gut zu wissen. Soll ich dich einladen? Bist du schon so weit? Ich glaube, er will nur zusehen. Er will nur zusehen, ja. Okay, ich habe dir eine Einladung schon mal geschickt. Das könnte ich auch tun. Du Gottes kommentieren und uns fertig machen. Das mache ich doch die ganze Zeit. Ich glaube nicht, das wird... Ich habe dieses Spiel noch nicht gespielt. Ich habe keine Ahnung. Duftertyp! Ja, Mann, mit 200 irgendwas Abonnenten auf Twitch. Ja, Abonnenten vor allem. Follower, whatever. You know what I mean. Abonnenten sind wir, habe ich ja irgendwie, keine Ahnung, vier? Ja, ich weiß, dass da ein Unterschied ist, aber ich komme aus YouTube, Digga. Ich komme aus YouTube vor allen Dingen. YouTube ist ein Ort. Deswegen nenne ich Follower, Abonnenten. Achso. Ja, das macht ja überhaupt nichts. Ja, auch YouTube gibt es gelegentlich bei mir. Ja. Okay, ihr startet einfach. Okay, okay. Also mit der Maus, wenn... Mit der linken Maustaste, wenn du die schlägst, also du musst einmal auf die linke Maustaste drücken und dann kannst du es schlagen und mit Leertaste kannst du springen. Und wenn du R drückst, kannst du dich zurücksetzen, falls du irgendwo festhängst. Okay, kam schon. Also das sind eigentlich so die einzigen Sachen, die du wissen musst. Warte mal kurz, mit R kann man sich zurücksetzen und mit F kann man sich auf die vorige Position setzen. Genau, oder? Ja. Okay. Ach man. Aber ja, im Übrigen, schön dich wieder zu sehen. Zu sehen, voll. Ich habe schon gemeint, das müssen wir eigentlich nochmal wiederholen. Vielleicht auch mal nicht unbedingt an der Ostsee, sondern ich meine, man wohnt ja nicht so weit entfernt. Das stimmt, ja. Wo wohnst du in Hiddesheim, oder was? Äh, nee, Braunschweig. Ach du Scheiße. Die verbotene Stadt. Hey, 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 hey. Wie ist das die verbotene Stadt? Ach, Fußball, Fußball. Nee, Bielefeld ist die Stadt, die es sich gibt. Ja. Genau. Okay. Braunschweiner, okay. Nee, ist so cool. Sag mal. Sind hier etwa Westtainer unterwegs? Ja, tatsächlich. Ich komme aus Renofa, mir ist das egal. Nee, sehr geil. Auf jeden Fall Mera Luna sind wir dabei, wenn es überhaupt stattfindet dieses Jahr. Müssen wir mal gucken. Wenn, wenn. Ja, also Karten haben wir. Sogar mein Bruder hat Karten. Ach, cool. Komm schon, Dufter. Ey, lass mich daran, ich wollte nochmal was. Dufti. Was ich auch nochmal sagen wollte, war, ich habe ja, als wir beim ersten Stream uns, wo wir zuerst zusammen gestreamt haben bei Aldaria, habe ich ja gesagt, dass dein Name kein Name ist. Was ich damit meinte war, und deswegen lieber Dufti verwende, was ich damit meinte war, dass dein Name ein bisschen lang ist, um ihn dauernd zu sagen. Ach so, dann sag doch DT oder so. Ja, oder Dufti. Dufti findet Dufti. Der Name geht doch voll, guck dir meinen an. Oh. Frisch ist vom Fass. Frischi. Frischi. Jo, oder Fassi. Je nachdem. Jo, oh. Okay. Ey, ich nenne nicht nur noch Z oder oh. Das ist ja auch geil. Z ist sogar cool. Z ist cool, ne? Wah! Muss ich hier hin? Himmel! Wo bin ich? Also der ganze Hüttchen nicht, ne. Okay. Ich bin hier gerade nicht, äh... Ui. Ah, ich hausse dir, man darf endlich nicht auf dem Wasser bleiben, oder? Nee. Nee. Auf den Zwischenfeldern darfst du bleiben. Außer auf den Holzdingern. Ja, hausse, dieser Flüschenfeld hat mich aber gerade daran gehindert, auf dem Zwischenfeld zu bleiben. Ja, das kenne ich. Hui. Hui, rüber weggeschlagen. Ich hasse diese Map. Das Witzige ist, Digi musste auch noch irgendwann in den Knuss kommen. Vor allem, wir haben ihn so gerade knapp verpasst. Oh. Ja, er kommt aber gleich in den Discord rein. Da muss er halt eine Runde warten. Bleib liegen. Bleib liegen. Hui. So, ich hab auch liegen geblieben. Ich hab auch liegen geblieben. Und ich hab eingelocht. Eingelocht werde ich schon länger. Alter, das gibt's nicht. Also, Dufti, du musst nicht immer die Leertaste drücken. Das ist kein Zwang. Das kannst du machen, wie du willst. Hey, komm, ich steigere mich. Also, nachdem du ihn steigert. Du ihn steigert. Du ihn steigert. Entschuldigung, Theo. Das macht nichts. Ich bin zu gewohnt von dir. Nein, verpasst. Was? Okay. Nein, oh Mann, Beko. Du musst auf die... Okay, ich liege ein bisschen... Ein bisschen sehr blöder. Und eingelocht. 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 Yes. Ich mag die nicht. Ich mag die nicht. Ja, das hast du schon mehrmals gesagt. Liebster. Liebster. Hallo? Liebster Frischi. Hallo? Was denn? Er hat gesagt, er mag mich. Aber bitte nicht in dem Sinne. Was? Ja, aber bitte nicht in dem Sinne. Ja, ich... Man kann auch... Nein. Nein. Ist es mit Bruderliebe? Hm? Nein. 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 Okay, okay. Wisst ihr was? Lassen wir das. Weibchen vor Bruder. Okay, dufte. Du schaffst es. Nein. There you go. DT. Sio, mein Engel. Ja? Ich bin schon im Loch bei dir drin damit. Ja, bist du. Ach, Michelle ist auch schon... Dingens, Aldarion ist auch schon drin. Ja, ich bin auch schon drin. Komm schon. Let's go. Okay, das war das... Das war das dritte Loch. Ja, stimmt sogar. Das dritte Loch. Nein! Nein. Nein. Ah, komm schon. Nein! Ich wollte eine Abkürzung nehmen. Querfett ein. So, runter. Milchwasserbahn. Yay! Ich mag die Map nicht. Ja, das hast du schon erwähnt. Mehrmals. Die Map mag uns auch nicht. Also ich mag die Map... Naja. Also ich finde die Map toll. Also ich mag sie ein bisschen. Ich liebe sie. Also ich finde, so etwas sollte es auch in echt geben. Ich glaube, das macht sicherlich super viel Spaß auf dem Minigolfplatz. Ja, das stimmt. Was cool wäre, wenn man selbst der Golfball wäre und dann... Du! Du! Ich... Der Golfball möchte ich nicht unbedingt sein. Aber komm schon. Die Wildwasserbahn würde ich schon gerne mögen. Ja, dir ja. Also ich bumm's den Golfball doch manchmal ganz schön, also... Muss nicht sein. Oh, kleines Schiffchen im Hintergrund. Nein! Wir können wieder rausnehmen, wenn ich das fand. Daria, Daria. Müssen wir eigentlich immer den gleichen Weg nehmen. Das gibt's doch nicht hier. Diese Map, die macht mich... Doch, die macht mich Curry. Die Curry. Curry? Die macht dich hier. Die macht dich Curry. Curry, Curry von Micah. Besticht da jemand die Map? Nein, überhaupt nicht. Also, ich weiß jemanden, der gerne die Map erstechen würde, aber das ist ein anderes Thema. Wer denn? Du. Achso. Juh, bin drin. Ja, ich komm gleich nach. Das ist gut. Hoffe ich jetzt mal. Ich fühle mich jetzt mal einsam. So, jetzt bist du nicht mehr einsam. Danke. Bleib liegen. Bleib liegen. Ich hätte dir jetzt gelacht, wenn es einmal rübergegangen wäre. Mayo. Mayo, Mayo. Mayo oder Majoran? Major. Major. Major Tom. Völlig los. Ground Control to Major Tom. Aber duft dir auch auf. Was ist denn mit? Ja, ich bin. Ich bin so schlecht gemacht. Nein. Das bleibt mir dann umgehen. Bitte, bitte. Wenn ich schon nicht vorankomme, kann ich dir ja helfen. Ja, das ist nett. Yay. Ich brauche noch ein paar Runden, bis ich über den Berg komme. Das ist eigentlich eine ganz coole Map visuell gesehen. Mit den Brücken, ne? Ja, mit der Brücke. Ja, finde ich richtig cool. Ja, das war es auch. Da muss man sehr viel überbrücken. Sie ist schön, aber dafür kann sie nichts, ey. Können wir kurz alle ruhig sein? Digi, ich will mal wissen, ob man ihn hört. Ich habe ihn bisher nicht gehört. Digi! Nein, hör auf, hier wird es ein Hund. Mein Hund, mein Hund, ey. Und ich dachte schon, mein Hund kläfft. Ich wollte gerade sagen, welcher Hund ist das jetzt? Schatz? Nein, wäre es das Klee, oder? Schatz? Schatz, aber du, du warst jetzt nicht ernsthaft, dass ich dich da reinkicke, oder? Nein, nein. Gut. Ist wirklich jemand im Spiel? Ja, du. Wie geil war das denn? Ah, die Map. Ich erinnere mich. Aber es ist irgendwie cool mit dem Wasser. Ja, sie ist cool, aber nervig. Ja. Ich mag die Map nicht. Also, das ist das Loch, was mich am meisten stört, sagen wir es so. Ich finde es cool. Ich liebe es. Ich meine, es gibt schlimmere Löcher, ja. Ich gucke mir das mal die Überlebung an. Ich würde nicht sagen, es ist ein Drecksloch. Nicht? Ja, komm schon zurück. Bleib liegen! Yo. Krass, wie ist denn das passiert? Ich bin irgendwo gelandet und dann auf einmal werde ich hierher getrieben. Das ist ja magic. Magic the Gathering ist das. Magic Water. Oh, nee, ich habe mich zurück. Ich habe mich ganz zurück. Nein! Aber das Wasser ist ja nett. So schön. Rutsch. Das sorgt dafür, dass ich einfach nicht vorankomme, aber auch nicht zurück. Das finde ich gut. Hey, das ist gleich geschafft. Du auch. Ja, noch nicht so früh wollen. Wer weiß. Ja, der war gut. Der war gut. Jawohl. Halt er kurz. Ach, das Ding. So. Für alle Viabus. Nette Bilder von Samurai. Hui. Jetzt bin ich unten. Ich bin am Abrund. Wui. Nein. Schade. Also, ich schieße einfach nur geradeaus und hoffe, dass ich ankomme. Was ist das denn? Meine Mama. Ich lade vor dir. Entschuldigung, du hast mich gerade weggekickt. Aber, 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 aber. Du hast mir einen Schlag erspart. Was ist denn? Das ist ein Lied von dir, Dufti. Komm schon. Gerne, gerne. Na. Okay. Ich brauche mehr Schlagkraft. Guck, jetzt sind schon alles drin. Ich bin auch gleich da. Ach, du bist auch noch nicht drin. Okay. Nee, ich muss mich gerade um den Hund kümmern. Der kaut gerade mein Bett kaputt. Ah. Auch wenn es nur das ist. Ich dachte, es wäre jetzt schon irgendwas Wichtiges. Huch. Nein, nein. Nein, nein. Hm. Solange er nicht das macht, was, äh, nicht das macht, was Leo immer tut, ist alles gut. Hochgeber. Boing. 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 Ah, die ist schöne Sache. Boah. Na gut, jetzt habe ich es ein bisschen einfacher. Dadurch, dass ich hier hinten bin. Knapp. Sehr knapp. Also am Ende dieser, ähm, dieses, dieses, ah, dieser Strecke habe ich alle möglichen Winkel herausgefunden, wie ich von Anfang an aus dieser Karte fliege. Das finde ich auch sehr gut. Ja, ja, muss man die auch erst mal austesten. Huih. 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 Ich sehe die ganze Map. Ah. Das ist ja blöd, ich muss da ja drauf springen. Huih. 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 Ha, eingelochen. Ah, noch nicht ganz. Huih. So weit. Nein. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Es zählt. Ich bin drunter. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ein Schlag hast du noch. Ha, 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 ha. Nein, also wir beide aus, äh, haben wir beide keine Schläge mehr gehabt. Ha, 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 ha. Was war ich noch nie auf dieser Welt von mir fiel. Ich wollte gerade sagen. sag mal, weswegen beschwerst du dich eigentlich so schlecht bist du gar nicht Noch Noch, ja Und wieder brückeln, yay Oh, ich liebe diese Japan-Map Also vom ästhetischen her Sorry Vom ästhetischen her ist sie auf jeden Fall super schön anzusehen Ja Nein Oh, nee Meiner Meinung nach Ja, finde ich auch Ich bin da ganz, ganz deiner Meinung Ganz bei mir Ich bin ganz bei dir Ja, Puff Nein, da gibt's keinen Boden Die unendliche Map Die Neckl Da sind ja Seile Ja, da sind Seile Die helfen ja keinem, auf der Strecke zu bleiben Leider nicht Wir sind nur dazu da, um schön auszusehen Und so richtig nervig zu sein, ich merk schon Ja Ach ja, Dufti Ich bin sehr froh, dass du jetzt hier bist Dann bin ich nicht der Schlechteste Naja, naja Das nimm ich mal als Lob Wenn Digi mitspielen würde, wäre er noch schlechter Oh yeah Ich mein, schlechter als Digi geht schon nicht mehr Das muss man erst mal toppen Er ist der Schlechteste von hinten Das wäre dann aber erster von hinten Ja komm schon Ja, ja gut, erster von hinten Ja stimmt, ja Ja, hast recht Ja, siehst du Aber trotzdem Politisch korrekt Politisch korrekt, ja Das hat doch nichts mit Politik zu tun Hoffe ich jetzt wenigstens mal Aha Ich weiß, dass Donald Trump golfen geht, aber das hat nichts Also, ich weiß nicht, wer gerade da oben schon ist Wenn ihr irgendwo Wenn ihr irgendwo so einen Gong seht Da müsst ihr hin und da müsst ihr draufschlagen In die Mitte Also nicht um die Mitte Nicht um die Mitte, aber auf den Gong Den Gong müsst ihr treffen Auf den Gong, der da Das ist ja gar nicht das Löffel Verdammt Hast du so ein falsches Loch gemacht, oder wie? Boing Nein Dufti Doch nicht in den Bambus Du bist doch kein Panda Nicht? Glaube ich Aber Bambus ist doch so lecker Also laut seiner Laut seines Warte kurz Laut seines Avatars ist da ein Wie heißen die? Enkling heißen die glaube ich nicht Die Viecher aus Flatoon Richtige Viecher Was? Hier ist ein Enkling? Jo Und da bin ich ganz unwissend Lass mich gerade Ich muss da drauf, oder? Ja, du musst auf den Gong Boing Weil es macht Sinn, dass die Enkling heißen Weil, naja, es geht um Farbe Und so weiter Das war wirklich dein Gong? Ich musste den Gong treffen Ja, du musstest wirklich den Gong treffen Ach, geht schon weiter Du musstest ihn wirklich treffen Du musstest nicht vorgeben, ihn zu treffen Du musstest ihn treffen Krass Ja, das ist ja Pästchen Technik Könntest du da bitte so ein paar Zentimeter zur Seite gehen? Ja Du Fass Ich würde hier lieber wegkicken So muss ich absichtlich Eingelocht Ja, da konnte ich jetzt aber wirklich nichts für Nein Ich muss zuhörig, dass Jula lief Komm schon, das schafft ihr Ich schaff doch nicht mehr Nein Warum? Oh, danke, danke, danke Das ist so nett von euch Gerne So Aber schon Frischi 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 Kann ich abkürzen? Durch das Bambus Ja, ich kann abkürzen Ja, ich kann abkürzen Sehr gut Komm schon Du wirst, dass mich berührt Das hat mich berührt Das hat mich abgesprochen Ja, irgendwie sahst du so nice aus Ja Das waren aber keine eineinhalb Meter Abstand Bitte keine Golf-Edge-Fanfiction hier Bitte hältst du zumindest die Abstand von eineinhalb Metern ein So rein So jungfräulich Würginal Das gibt's nicht Würgi was? Würginal Das hat sich nach irgendeinem Das hat sich nach Bezin an Weil Reinigungsmaschine Nein, wer hat mich da eigentlich gerade berührt und aus der Bahn gekickt? Musst du mir hier erstmal so Einverständniserklärungen reinschreiben? Ja, und man muss einen Gesundheitstest machen Corona-Test Ach, jetzt hier, leck mich doch am Fuß, ey Ne, danke Boah, ne, da würde ich wirklich schon abraten Kasse Ey, das gibt's nicht Ich bin doch am Anfang Ich bin im Loch Und ich komme gleich auch ins Ah, nein! Mist Bis auf Bei einem Loch lief's doch ganz gut Ja, komm Bleib liegen Bleib liegen, du kleines Sackgesicht Kleiner Zenturio Lieb warst du schon lange nicht mehr zu mir Ich weiß, mein Hase Ne, was hast du nachgemacht? Das war Gescheatet Das war gescheatet Ich hab's gesehen Ja, sorry Moony-Golf-Golf Ich seh das Das war der krasseste Gescheat in meinem Leben Den ich jemals gesehen hab Bleib So, solange es funktioniert Ist es kein Spiel Sagen du dich geheckt hast Alter, was geht bei euch Guckst du dir jetzt extra den Stream an Damit du weißt, was du siehst hier Oh nein, das ist doch die beschissenste Map hier, die es gibt So schlimm ist die, glaub ich, gar nicht Doch, jetzt hier, das ist richtig scheiße Jetzt hier Okay, ja, ja, ich kann verstehen, warum das ist Warte, 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 ich muss die echt lauter machen Ich hör von dir überhaupt kein Wort Was passiert? Aber ist Diggi schon dabei? Ja, natürlich Ne, ich auch nicht Zu weit Diggi? Ja? Ja, nein, Diggi Hallo? Ja, hallo, hallo Hallo? Hört mich nicht Du Mann hört mich nicht Natürlich auch an dich Vielleicht sind auch alle taub, weil ich so schreie Ja, daran wird es liegen Was? Was? Hä? Wie bitte? Ich hab dich jetzt aber Diggi, ich hab dich jetzt aber lauter gestellt Ich kann meine Beine nicht mehr hören Ich glaube, deine Beine solltest du auch nicht hören können Doch, das Freien der Beine musst du hören Das hört sich sehr ungesund an Ich meine, wenn er seine Beine nicht mehr hört, dann wäre es ja das Schweigen der Beine Ey, du Hund Was machst du denn? Redest du jetzt gerade mit unserem Hund? Ja, ich rede gerade mit unserem Hund Mit Cleo Mit Cleo Ich glaube, die sucht sich einen Kackplatz hier gerade nicht Mit Cleo, Deo Cleo, Deo Cleo, son So Cleo, kack ihm auf den Fuß Was machst du denn da? Okay, schon weiter? Ja Cleo, mach Papa stolz Mach Papa stolz Mit diesen paar Goldnuggets Wenn sie mal golden wären Ich glaube, wie funktioniert das nicht Wenn sie golden wären, dann würde ich sie sogar freiwillig aufsammeln Wo muss man denn hier hin? Man muss da hinten hin Nein, da Da, wo die Fahne ist Ich verstehe Oh nein Bleib liegen, bleib liegen, bleib liegen Danke Nein Ich wusste, du enttäuscht man mich nicht Nein Der Ball oder du? Jetzt hast du mal mich enttäuscht Der Ball Der Ball Einfach nur Der Ball Ich wäre schon längst drin gewesen Der Ball war zu blöd Hat die mir eigentlich dazu? Was? Nach der nächsten Runde Ja, nach der Er war Passe kurz zu spät Ich höre ihn noch nicht Nach der Runde bin ich auch raus Ich weiß Das ist schön Na was? Nicht, aber warum? Weil ich schon seit drei Stunden hier bin Echt, das spielen wir schon so lange? Ja Also ich viel länger Ich bin da noch hier Also ich bin da noch da Das stimmt Das ist ja krass, mein Herzblatt Mein Herzblatt Bitte nenn mich nicht so Aber warum denn nicht? Schnucki Zuckerschnäuzchen Poco-Cousin Wir lassen die ganzen Kirschblüten hier rumfliegen Ich fühl mich jetzt ein bisschen Federplatz hier Wer noch? Mein Hund muss mal Mein Hund muss mal Oh Mann Das ist ja ein neues Code-Wort Ich glaub mal Ich muss mal Das ist das Code-Wort Das weiß ich nicht Das wird auch gar nicht so gelungen Wollen wir das wissen? Sorry Ich hab dir nichts getan Und ich muss wieder von hier her anfangen Dufti, keine Angst Ich bin auch hier noch Ich bin auch noch bei dir Ui Wenn man auf die Treppe geht Kommt man automatisch nach unten Du musst nur die Treppe treffen Mann, ein schöner Jade-Drache Ja, stimmt Ganz ehrlich Sowas hätte ich auch gerne im Wohnzimmer Oder beziehungsweise hier in meinem Gaming-Killer-Raum Hey Was? Kann man machen Kann man machen Ein Golfplatz Nein, nicht ein Golfplatz Ein Jade-Drachen Also ein Gefängter Jade-Drache Aber ein Jade-Drachen Ist schon jemand drin? Ja Ich bin drin So Seid ihr alle drin? Ja Da kann mich ja keiner reinschubsen Nö Ich sitze hier auf der Ecke Ja, da muss reinkommen So, die letzte Map Weißt du, Digi hat das gemacht für mich Das ist, glaub ich, doch die Map Wo die Schwerkraft ein bisschen abgeht Ja Ja, die ist mies, die Map Also eigentlich ist sie ganz cool Man muss es nur schaffen Wo sind das noch? Weiß ich nicht Ähm Da Da Also Warte, warte Nicht nach links oder nach rechts Du musst da in die Mitte Da wo jetzt die Palisade Also der Weg hier so lang geht Also jetzt nicht mehr Warte Gleich Die Richtung ist richtig Aber da musst du kurz hin Da dann einmal rüber Aber Ja gut Ich hab's direkt übersprungen Äh Von da aus Geht dann Die andere Steine nach oben Und du musst das Grüne an der Wand treffen Ah Okay 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 Und äh Ich hab's durch Zufall geschafft Weil ich aus Versehen die Wand berührt habe Äh Und jetzt Wie komm ich da jetzt hin? Äh Ich weiß grad nicht, wo du bist Deswegen kann ich dir gerade Ach da In die Richtung Äh Wenn ihr da auf einem dieser Eckplätze seid Abgesehen von dem Startplatz Dann müssen wir auf den Startdorf Um die Wand zu treffen Oh shit Dann muss ich was machen? Äh Um die Wand treffen Wo dieser grüne Kreis oben lang geht Aber es ist schwer Äh Ja Also ich hab's wie gesagt gerade durch Zufall geschafft Das war Purs Glück So jetzt hab ich's glaube ich auch geschafft Ja Doch hab ich geschafft Ich bin gesprungen Ich spinne Ja du bist doch richtig Schatz du bist doch richtig Ja aber wo muss ich denn jetzt hin? Guck Da wo ich bin Guck Guck da wo ich bin Und hier ist dann Wenn du Äh Nach unten guckst quasi Also äh Ja genau da musst du hin Da musst du irgendwie runterkommen Da müssen wir hin Das ist die Möppe der blöden Spiel Äh Schwerkraft Ja Leckst mich doch an Popokatte Peter Yo Fuck Ich bin aus dem Loch aufgesprungen Ich würde das bevorzugen Das nicht zu tun Ich bin aus dem Loch aufgesprungen Wie an sich ist das denn? Geschafft Was ist das denn für ne Kacke gewesen? Ich bin ein Schussmann gewesen Und ich bin Dritter Toll Und ich hab einen Halo bekommen Ich hab einen Hexenhut bekommen Ich hab einen Hexenhut bekommen Was ist das zu dir? Ha Ja So Sio Noch ne Runde oder was? Ne Ich bin raus Äh er ist raus Digi kommt rein Ja ja ich Dufti du bist der Beste Okay Leute Dann äh bedanke ich mich für die nice Zeit Und wünsche euch noch Viel Spaß beim Ja Ja Sio Hau rein Ciao Sio Was gut Ciao 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 Ich dich auch In einem nicht Abversauten Weg Ciao Um das nochmal sicherzustellen Ciao Nehmen wir doch mal die Map hier Sio Ciao Ciao Untertitelung des ZDF, 2020